Hallo, liebe Fans, ich mache jetzt ein Video von dieser Kiste. Fange ich jetzt auch an. Da oben kommt Becher hin und da unten kommt mein Teufelchen hin. Ich mache jetzt mal ein Tocher und da unten im einen Abstand. Ich bin ja so einer Tügeber trafst, die ich in einer Tügeber ließe. Und ich bin nur ein Rügelchen. Aua Guck ich habe jetzt keine Fußbälle Vielleicht habe ich schon irgendeine Schrift gemacht und das hier irgendwann auch mal machen, aber wann weiß ich nicht Aua 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 Was ist das? Das hier und diese Schal hängt draußen hin. Aber von euch, hoppala, muss ich mal da hin machen. Was ist das? 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 Und die Kiste ist jetzt leer, auf Wiedersehen, bitte Kommentare, äh, bitte Kommentare reinschreiben, oh Moment, ist was offen. Bitte Kommentare schreiben, was ich für Fehler mache oder keinen Fehler, bitte Daumen oben, euch gefällt. Und euch noch mehr Videos, was euch will, mit dem extra Daumen oben, ist sehr wichtig von Leon, Carlo, Schmidt, aber bitte nicht Carlo sagen, auch kann, das mag ich halt nicht, aber egal, halt eben selbst euch gucken, euch okay, dass Carlo ist, was ich sage, Danke, dann viel Spaß damit, und bitte auch Kommentare reinschreiben.